Wer jetzt glaubt, es wäre Flipper, der irrt sich. Es ist Spargel. Lorbeer und die anderen Gewürze schon mal hinein, Essig hinein und wir füllen ungefähr 1 zu 1 mit unserem Riesling auf. Und diese Reduktion, die geben wir jetzt durch ein Sieb. Können wir jetzt schon mal den Spargel kochen. Und den kochen wir jetzt auf den Punkt. Wirklich nur schmelzen lassen. Wir trennen jetzt erstmal die Eier. Eigelb und Reduktion 1 zu 1. Und diese Mischung, die schlagen wir jetzt auf dem Wasserbad gar. Schön langsam aufrühren. Kleine Prise Salz, echt verführerisch.